Das ist doch zum Beispiel Singapur. Drauf. Das ist eine Hauptstadt für Irgendeke. Zack. Und jetzt rupfen wir hier rein. Trotzdem angreifen. Jawohl. Stadt annektieren. Das ist jetzt unsere Stadt. Du hast verloren. Heil. So. Essen. Essen kann wieder was bauen. Was lassen wir jetzt mal bauen. Eine Kaserne. Eine Schmiede wollen sie gerne haben. Zur Eisenproduktion. Oder Markt. Markt bringt Geld. Kann man mit dir mal hier runter gehen. Mal gucken was so schön das ist. Hier könnten wir ein Sägewerk bauen. Mal gucken. Mal gucken. Du bist soweit fertig da kommst du hier hin. Du bist hoch soweit fertig, dann könnte ich mit dir hier auf die Seite gehen, unter der Mama. So, jetzt kriegen die Mama, die haben hier ein Handelsposten, hier drüben könnte ich nochmal hin, nochmal Mama machen, du bist soweit fertig, da könnte ich mit dir ja, da könnte ich mit dir ja, im Prinzip. Könnte ich mit dir hierher No, genau so werden wir das auch machen Hier haben wir die Straße Die Straße hier ist fertig Produktion wählen Hier bräuchten wir, wollen sie sogar alle wählen Bibliothek, das ist gut Produktion wählen, hier unten brauchen wir Gerichtsgebäude So, hier könnten wir, wir haben ja ein bisschen Geld Da könnten wir kaufen Bautrupp, zack Nächste Runde Ameriganski Und die haben jetzt oh endlich Katapulte Einheit befördern Du, du kriegst jetzt Sperrfeuer Produktion wählen Was, hier brauchen wir noch ein Monument Wir könnten jetzt Weiter nach unten ziehen Was vielleicht nicht unbedingt schlecht wäre Weil hier unten sind nämlich gleich die nächsten Dinger Der ist noch öfft gebaut Du wartest Und du stellst dich mal hierher Und baust mal was zu essen Du bist hier fertig, gehst hierher Du baust was hier Du bist fertig mit der Strasse Du bist fertig mit der Strasse Dann kannst du hierher gehen Und hier schon mal eine Strasse bauen Sofern du dann soweit bist Dann könnten wir hier eine Strasse bauen Die könnten wir hier oben hinstellen Und nichts So Schauen wir mal Wir haben ja relativ alles eingetommen Was wir soweit einnehmen konnten Chemie ist auch bald fertig Also können wir die Trieböcke bald zu Kanonen umbauen Dadurch haben wir dann extreme Vorteile Was bist du? Singapur Singapur Ich habe mich doch glaube ich noch gar nicht entdeckt Gold schenken Verbündet Mal gucken Singapur sieht eigentlich relativ gut aus Dann machen wir mal kurz ab Du baust hier das Du baust hier das Du bist auch soweit fertig Dann kannst du hierher dackeln Du kannst dich hier aufbauen Reheber hat Singapur Krieg erklärt Ja ja Du baust ab Die haben ihre Einheiten hier abgezogen Das ist praktisch Dafür kriegen sie nämlich jetzt Hauer Weil sie in mein Gebiet eingedrungen sind Mit Bogenschützen vor allem den Mit Bogenschützen getrauen die sich ran Na dann schauen wir mal Das Werk des Chemikers hat den Wert unserer Zivilisation in zahllosen Bereichen gesteigert Wie auch die Produktionsleistung unserer Nation Zack So Modernisieren So du Modernisieren Und drauf Hallo Angriff Was hältst du davon Macht er nicht Will er nicht Keine Lust Hier Kollege Hier darfst du dann mal was tust Forschung Gucken wir mal das nächste Navigation Akustik Bankwesen Akustik Produktion Wir brauchen Eine Bibliothek Das wollen wir sogar haben Hier wollen sie auch eine Bibliothek Wollen sie haben Hier wollen sie Ein Tempel haben Da dauert ja überhaupt nie lange So Freunde und Kupperstatter Drauf Restlos niedergemacht Schön So So Eckpartner Kannst du wieder zurück? Nein Kannst du noch nicht Dafür kriege ich auch jetzt Haue Zumindest die hier Dumm 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 Oh Ihn Pferdchen haben sie kaputt gemacht Die hier sind aber schon miteinander verbunden Also wäre das praktischer das Ding hier einzunehmen Von dem Denken her gesehen Sieht relativ gut aus Sofern ich dann auch gleich hier mit dem Verbund Du bist hier auch fertig, dann kannst du hier rüber gehen, du kannst hier einen Handelskosten hinstellen, das bringt Geld, du kannst dich direkt vor die Stadt stellen, die greifen dich sowieso an, du kannst hierher gehen, du kannst hierher gehen und dich schon mal aufbauen. Du kriegst das Kloben nie ganz so gebacken, du gehst hierher, du kannst, du kannst hierher und nochmal einen Handelskosten bauen, dann, Handelskosten, die Aktion wird nicht durchgeführt, ja, nein, du gehst jetzt weiter, hier darfst du ein Handelskosten bestellen, du darfst hier ein Sägewerk bestellen, du darfst hier ein Sägewerk bestellen, du darfst hier ein Sägewerk du darfst hier hergehen und eine Form hinstellen, Produktion hier, so, ein Monument, 10 Runden und dann ein Hafen und dann dürften die eigentlich mehr oder weniger miteinander verbunden sein, München braucht, was brauchst du denn, eine Stallung willst du haben, kriegst du, nächste Runde, so, die gehen wieder auf die Reiterei, das war nur klar, zack, fällt wieder einmal um, blü 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 blü, und dann tun wir die jetzt, hei, was, du sauer, du sauer, du sauer, bitte warten, bitte warten, bitte warten, oh, von Rio, der wagt sich raus, der wagt sich Haus aus seiner Ecke, so, du gehst hierher, du baust ein Handelskosten, was hier, Wache, Sichtweite und das war vielleicht schlecht, die Sofortheilung, quer Uni, schlecht, die Sichtweite ist Uni, wo sie in der im wingtum, turning die einfach in der Flucht, ich denke, das wäre jaしい, wenn du das machen willst, oder wenn du das gehört hast, dann machen wir die erst einmal, jetzt machen wir Heilung, Heilung, kub, du 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 du, du du, du hast du nämlich nie, mein Freund, weil du bist, der Rio, und du willst du wirklich mit mir anhelfen, du bist Krieger, Schwertkämpfer. Zack. Hier haben wir jetzt eine Form gebaut. Dann gehen wir hierher. Mit dir werden wir jetzt hier Riesels machen. Mit dir sind wir soweit fertig. Dann kann man dich hierher schicken. Mit dir wollten wir hier noch einen Handelstasten hinbauen. Und mit dir wollten wir hierher. Ich weiß gar nicht was wir mit dir hier wollten. Irgendwas wollten wir mit dir dort her. Produktion wählen. Bibliothek. Produktion wählen. Stadtmauer. Auf hier unten. Und jetzt könnten wir nächste Runde. Dann kannst du dieses tun. Dumm, 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 dumm. So. Nächste Runde. Na, 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 na. Nicht so spitz finde ich hier. Wir brauchen den Kollegen noch. Genf hat Frieden im Trio des Mero geschlossen. Jawohl. Ja, na, 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 na.